Jetzt bin ich wieder da und hoffe, dass es mir auch gut wird. Ich bin gespannt. Es wird ja natürlich immer schwerer. Bullies an der Labe. Wahrscheinlich muss ich die wieder wegschieben. Kann ich die auch wegschieben? Sobald ich irgendetwas versuche, geht es schief. Ich muss nur die ganze Zeit... Oh, nein. Ich bin schön gefortlich. Ich muss länger. Ich bin neben ihnen. Ich bin schon ein Wie ich würde sagen. Ich bin schön geforte, nicht mehr. Ich bin schön geforte bei mir. Ich bin da nichts anderes. Die Versuchung ist immer zu groß für mich. Nein, schon wieder Game Over. Ich will fortsetzen. Mamma Mia. Mamma Mia, Mamma Mia. Ja, ich versuch's nochmal. Jetzt möchte ich die Feuerblume aber etwas länger behalten. So. Ja, das war... Das war jetzt viel länger als vorhin. Dankeschön. Boah, ich werde da schon wieder runtergefallen. Oh. Da ist ein Stern. Jetzt traf ich das erst. Nein. Oh Gott. Diese fliegenden Schildkröten sind ganz schön fies, muss man mal sagen. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das ist jedes, jedes Mal. Dieser Schildkröte scheitere. Oh, das war für ein Zufall. Oh Mann. Alles klappt. Zeit bitte nicht so gemein zu mir, wenn ihr jetzt was in die Kommentare schreibt. Also das ist doch das allerletzte, was wir hier nicht absichtlich machen. Nichts, nein! Nein! Oh, okay. Oh, das ist doch nicht mehr so, was ich? Oh... Oh... Hier oben noch? Ja, das ist nicht schlecht. Na ja, wo ist denn das Ziel? Selbst mit dem Fernblas kann ich das Ziel nicht erkennen. Nein. Oh Gott. Ja, das ist nicht schlecht. Hahaha. Hier oben. Hier oben. Es ist so cheap. Tatsächlich. Aber es ist... Egal, es ist so cheap. Ja, super Mario. Ich kann es ja auch rechnen lassen. Ehrlich? Ehrlich! Nein! Ich bin da fast dran. Ich bin da fast dran. Woh! 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 Wie ist das denn? Schwing doch einfach! Was war das denn jetzt? Oh! Ja, weiter zu! Ja, andere Dinge nicht! Ich habe so geniegt! Vaman! Nee, das ist wirklich gut! Ich warte noch eine Sekunde. Ich möchte nicht noch mal sterben. Oh, da ist schon das Ziel. Oh, 4.000. Ach, nervenaufreibend. Aber irgendwie finde ich das Spiel so fair gestaltet, dass kurz bevor man richtig frustriert ist, schafft man es doch immer wieder. Und zwar schaffe ich das dann mehr schlecht als recht, aber ich habe mir echt eine Chance. Das ist gut gemacht. Ich kapiert dann einfach. Was ist das denn? Rechts ist wieder der Staubsauger-Typ, der Vertreter. Links ist der Fußball. Ich mache eine kurze Pause und dann entscheide ich mich jetzt mal für den Staubsauger-Vertreter. Und mache anschließend den Fußball. Okay, bis gleich.